So, es ist Dienstag Nacht, 2 Uhr, es schneit, 7 Grad Minus, Straßenverhältnisse, katastrophal. Eigentlich müsste man ins Bett gehen und schlafen, aber wer hat da schon Bock drauf, wenn er so ein geiles Auto hat? Ich nicht. Ich bin jetzt dabei, ich bin jetzt dabei, ich bin jetzt dabei. Untertitelung des ZDF, 2020